Er schnappt sich die Frauen weg. Kennt ihr den alten Bunker? Bitte tu mir nichts. Bitte nicht. Dann knibbelt und fesselt er sie. Und dann werden sie zerhackt. In kleine Teile. Und dann erfrisst er sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Warum solltest du einem Psychopath Fotos verschicken? Der Weile auf seiner Todesliste stehen und er uns abstechen will. Alex? 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 Ah! Scheiße! Was machen wir jetzt? Du machst es jetzt erst mal wieder gut, hä? Wo bist du? Du bist so fütend, Alter! Siehst du mal, bring ich dich um! Dann bin ich, Alter! Komm her! Komm her! Fack! Untertitelung des ZDF, 2020